Oberwil Lieli, auch bekannt als die Perle auf dem Mutscher, sind Sie noch Single oder auch für ein Pärchen, haben wir ein Top-Angebot. Kommen Sie mit! Im Obergeschoss finden Sie Ihre Privatsphäre im Schlafzimmer, Galerie und in einer Nasszelle. Ich würde hier sofort einziehen. Wie sieht es mit Ihnen aus? Falls ja, rufen Sie mich an, bevor es zu spät ist. Ihr Roland Maier Remax Immobilien. Fertig. Fertig. Untertitelung des ZDF, 2020